Eine einfache Anleitung zur Meditation. Meditation ist etwas Wunderbares. Meditation hilft dir zur Ruhe zu kommen, hilft dir abschalten zu können. Hier eine ganz einfache Anleitung zur Meditation. Sitze ruhig und gerade, ob auf einem Stuhl, im Sessel oder auf dem Boden. Richte die Wirbelsäule auf, gib die Schultern nach hinten, Nacken lang. Lächle von innen heraus, entspanne Schultern, Kiefergelenke und Augen. Dies ist der erste Schritt der einfachen Anleitung zur Meditation, die ruhige, entspannte Sitzhaltung. Zweiter Schritt der Anleitung zur Meditation, die Atmung. Atme ein paar Mal tief mit dem Bauch ein und aus. Atme drei bis vier Sekunden lang ein. Atme drei bis vier Sekunden lang aus. Drei bis vier Sekunden lang ein. Bauch geht hinaus. Drei bis vier Sekunden lang aus. Bauch geht hinein. Atme so ein paar Mal tief ein und aus. Und in dieser Phase der Meditation kommt neuer Sauerstoff zum Gehirn. Und Prana, die Lebensenergie im Sonnengeflecht, wird aktiviert. Dritter Schritt der Anleitung der Meditation. Gedanken des Wohlwollens. sage ein paar Mal, ich schicke Licht und Liebe in alle Richtungen. Möge es allen gut gehen. Und jetzt der letzte Schritt dieser Anleitung der Meditation. Danach könntest du auch länger dort verharren. Beim Einatmen wiederhole Freude. Ausatmen, loslassen. Einatmen, Freude. Ausatmen, loslassen. Freude. Loslassen. Freude. Loslassen. Om Shanti. Om Shanti. Wenn du willst, schalte diese Anleitung aus und wiederhole weiter Freude. Loslassen. Wenn du willst, schalte diese Anleitung aus. Wenn du willst, schalte die Anleitung aus.